Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Drei Rollstuhlfahrer warten auf die U-Bahn. Sagt einer der drei. Ich kann am Geräusch der U-Bahn erkennen, ob es sich dabei um eine neue, barrierefreie U-Bahn handelt. Oder nicht. Sagt ein anderer. So. Schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. Mit der Nummer hättest du auftreten können dort. Sagt der 3. Wieso? Er sitzt doch schon im Rollstuhl. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Gebt mir einen Daumen hoch. Aber noch viel wichtiger. Erzählt ihn weiter. Teilt ihn auf eurer Facebook-Seite. Damit auch andere einen guten, lustigen Start in die Woche haben. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Baba.